Herzlich Willkommen zu meinem neuesten Video hier auf YouTube. Mein Name ist Matthias Eser. Ich bin in meiner beruflichen Funktion Unternehmensberater mit Fokus auf M&A-Transaktionen. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Frage, wie kann ich Unternehmensanteile möglichst wirtschaftlich sinnig kaufen oder verkaufen und bin damit natürlich in unterschiedlichen Fachgebieten immer wieder unterwegs. Finanzierung, Steuer, Recht, all diese Themen finden bei mir irgendwo ihre Zusammenkunft und damit einhergehen bzw. vielmehr im Schritt zuvor agieren wir als externe CFOs für Wachstumsunternehmen, das heißt Finanzchefs für Wachstumsunternehmen und bauen dabei die komplette Finanzinfrastruktur auf für Unternehmen, die langfristig wirklich möglichst solide in dieser Hinsicht dastehen wollen. Warum das Ganze? Ganz viele Unternehmen wachsen produktseitig, dienstleistungsseitig, teamseitig, marketing- und vertriebsseitig, aber das Thema Finanzen wird immer stiefmütterlich behandelt. Das wächst immer wie so ein Hinkebein hinterher und damit ist es natürlich auch irgendwo immer das schwächste Glied in dieser gesamten unternehmerischen Kette und das darf aber nicht sein, denn am Ende lässt sich alles in ein wirtschaftliches Äquivalent, also in ein Geldequivalent übersetzen und wenn alles in ein Geldequivalent übersetzt wird, aber das Thema Geld im Unternehmen am schlechtesten ausgebaut ist, dann ist es schlecht, wenn quasi der neuralgische Punkt die Finanzen sind, aber die unfassbar schlecht ausgebaut sind. Aus diesem Hintergrund ist diese Dienstleistung entstanden, also für dich als E-Commerce-Unternehmen oder Dienstleistungsunternehmen zumeist die perfekte Lösung, um sehr viele Probleme präventiv abzuwenden oder nachträglich gut zu rehabilitieren. Heute sprechen wir über ein Thema, das mich persönlich extrem fasziniert und die Faszination, ich weiß nicht, woher sie rührt, aber ich kann mich an einen sehr frühen Moment aus meiner Studienzeit erinnern. Im Thema Steuerrecht hatte ich einen Professor, der mich sehr, sehr lange, sehr intensiv begleitet, betreut und auch geprägt hat und der hat in einer Vorlesung, nämlich im Fach Steuerrecht, einen Satz fallen lassen, so eine typische Professorenaussage, die Pflicht, Steuern zu zahlen, bedingt auch das Recht, Steuern zu sparen und ich dachte mir, Mensch, das klingt super, ich möchte da gerne irgendwie Teil dieses Konzepts sein, denn es leuchtet schon irgendwie ein, wenn ich mehr abgeben muss, dass es dann weniger für mich bleibt und als Unternehmer sind wir natürlich erstmal, zumindest im ersten Schritt, egozentriert, das heißt, wir zentrieren das Ego, wir nehmen uns erstmal in den Fokus und mit uns geht es nicht immer nur um das Individuum, also uns jetzt wirklich als Unternehmer, sondern das eigene Unternehmen, die eigene Belegschaft, also das, was wirklich direkt in unserer Sphäre des Einflusses ist. Dass Steuern im gesamtgesellschaftlichen Sinn super relevant sind, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, jeder soll seine Steuern bezahlen, um eben dieses gesellschaftliche System am Laufen zu halten. Heute sprechen wir nur darüber, warum du dich wirklich sehr aktiv mit diesem Thema der Steuergestaltung beschäftigst, um dein langfristiges Ziel des unternehmerischen Wohlstandes, das ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil, warum du Unternehmerin oder Unternehmer wurdest, auch zu realisieren. Und ich möchte dir erklären, worin sich eigentlich die Problematik begründet. Als Unternehmer bist du in einem Chancen-Risiko-Verhältnis, das eigentlich besser nicht sein könnte, zumindest wenn man die Chancenseite betrachtet. Es könnte aber eigentlich auch nicht schlechter sein, denn das Risiko ist zumindest bedingt beschränkt. Du kannst mit deiner Gesellschaft mit beschränkter Haftung der GmbH natürlich schon einige wirtschaftliche Risiken erstmal abwenden, aber die Tätigkeit als Angestellter wirkt natürlich auf den ersten Blick erstmal deutlich weniger von Risiko gekennzeichnet sein und das würde ich auch so unterschreiben, auf den ersten Blick hin zumindest. In der Gesamtschau ist die Wahrheit jedoch eine andere, denn wir haben mit diesem unlimitierten Potenzial nach oben als Unternehmer, wir können ein Unternehmen bauen, das so groß ist, wie wir das eben haben wollen, können wir auch unlimitierten Wohlstand aufbauen, zumindest das, was an Geldmitteln im Gesamtmarkt verfügbar ist. Und der Aufbau von diesem Wohlstand hängt massiv, also wirklich kollateral davon ab, wie viel Vermögen dir zur Verfügung steht, um eine Vermögensmehrung stattfinden zu lassen. Eine Vermögensmehrung kann natürlich schlicht das Ansparen eines gewissen Betrages über Zeit sein, aber damit einhergehend hat sich natürlich in der gesamten Finanzmathematik und in der gesamten Wirtschaft ein Konzept des Zinses entwickelt und damit wirken auch Zinsen und Zinseszinsen. Und dann wird aus einer linearen Entwicklung eine Exponentialentwicklung und man sagt ja so schön, dass die exponentielle Entwicklung oder auch der Zinseszinseffekt als das achte Weltwunder beschrieben werden kann und unser menschliches Gehirn kaum imstande ist, diese exponentielle respektive Zinseszinsentwicklung wirklich gut vorzustellen, sich das Ganze ohne eine konkrete Visualisierung dann auch wirklich ins Gedächtnis zu rufen. Und ich kann das für mich genauso akzeptieren, ich tue mir da auch schwer damit, aber durch die tägliche Konfrontation mit diesen Themen habe ich natürlich schon ein zumindest logisches Verständnis dafür aufgebaut, obgleich sich mein Gehirn trotzdem schwer damit tut, den Zinseszinseffekt im ersten Schritt immer vollständig zu begreifen. Aber ich mache es jetzt ganz einfach, du sparst im Monat 500 Euro weg, im Vergleich zu sparst im Monat 1000 Euro weg. Das sind jetzt Beträge, die können für Unternehmer groß oder riesig oder total winzig sein. Für einen Angestellten wäre es auf jeden Fall schon relativ viel. Als Unternehmer kenne ich auch einzelne Personen, die 500, 800, zum Teil siebenstellig im Monat sparen, weil es die Unternehmen hergeben, über entsprechende Versorgungseinrichtungen. Was das genau ist, das werde ich heute jetzt nicht behandeln. Versorgungseinrichtungen sind also Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen im Rahmen von Altersvorsorgelösungen. Aber es geht vielmehr um dieses Konzept der Steuer, warum du dir ein Unternehmenskonstrukt bauen solltest, das eben die Steuerlast möglichst niedrig hält, um am Ende deiner Tätigkeit oder auch zwischenzeitlich ein höchstmögliches Vermögen aufzubauen. Die meisten agieren eben in diesem Konzept, dass sie eine GmbH für sich betreiben. Diese GmbH bereibt ein operatives Geschäft. Dieses Geschäft erwirtschaftet Gewinne. Die Gewinne werden mit Körperschafts- und Gewerbesteuer also mit 30 Prozent belastet. Und damit sie aus der Haftungsphäre raus sind und dann in unserem Privatvermögen, besteuern wir das Ganze enorm mit 25 Prozent. Das heißt, es geht ein ordentlicher Batzen, nämlich ungefähr die Hälfte des Geldes weg. Wenn ich das Ganze in einem anderen Unternehmenskonstrukt hätte, nämlich zum Beispiel mit einer Holding, könnte ich zwar die Besteuerung von Körperschafts- und Gewerbesteuer so erstmal nicht verhindern, aber ich könnte zumindest die hohe Besteuerung von 25 Prozent auf den Kapitalertrag, nämlich dann auf die Ausschüttung in die private Sphäre, die könnte ich vermeiden. Nämlich in Form dessen, dass es steueroptimiert in eine Holding ausgeschüttet wird, aus der Haftungsphäre raus ist und damit als Investitionskapital mit deutlich geringerer Steuerlast in der Holding, die uns wiederum im 100-Prozent-Eigentum gehört oder die im 100-Prozent-Eigentum von uns ist, dann wieder zu reinvestieren. Und die Besteuerung, die beläuft sich dann eben in der Holding-Konstruktion auf 1,54 Prozent, langläufig auch 1,5 oder 1,6 Prozent beschrieben, aber es sind 1,54. Und mit dieser Besteuerung kann man letztlich natürlich deutlich mehr Investitionen tätigen, weil weniger an den Fiskus weggeht. Und das ist ein total legales Konzept, also darüber gibt es auch keine Debatte, ob das jetzt aggressive Steuervermeidung ist. Das ist ein absolut zweifelsfrei und von allen Finanzämtern anerkanntes Konzept, wie also die Gestaltung der eigenen Steuerlast möglich gemacht werden kann. Und das ist plakativ, das ist für die meisten relativ einfach umsetzbar. Man könnte sich natürlich noch auf ganz viele Ebenen dann konzentrieren und versuchen, die individuellen Steuerlasten auf der jeweiligen Ebene dann nochmal zu minimieren. Das möchte ich jetzt einfach aufgrund der sonst auftretenden Komplexität hier nicht tun. Das würde auch der Videoqualität keinen wirklichen, es würde dem Video eher einen Abbruch tun. Deswegen, ihr solltet nur verstehen oder du solltest konkret verstehen, dass das Thema Steuern deinen Wohlstand über Zeit hinweg deswegen extrem mehr hat, weil wir eben nicht nur den Verlust im Moment haben, sondern aus diesem Verlust im Moment entgehen auch ganz viele entgangene Gewinne in der Zukunft. Und die müssen wir eigentlich in den Verlust, wenn man direkten und indirekten Verlust summiert, aufnehmen und dann machen entsprechende Konzepte Sinn. Aber das Problem von uns Menschen ist, dass wir kurzfristig massiv überschätzen, was wir erreichen können und langfristig massiv unterschätzen, was wir erreichen können. Und die Langfristigkeit im Unternehmertum und im Vermögensaufbau ist wahrscheinlich der ultimative Hebel, um aus wohlhabend reich und aus reich sehr reich und aus sehr reich wahrscheinlich ultra high net worth individual zu machen. Es ist sehr häufig einfach die Komponente Zeit. Wenn man sich überlegt, dass der wirklich relevante Vermögenszuwachs im Multimilliardenbereich von Warren Buffett in einer Altersgruppe jenseits der 55 Jahre passiert ist, dann müsste ich mir jetzt überlegen, dass ich jetzt nochmal etwas weniger als das Doppelte meiner bisher schon verbrachten Lebenszeit warten müsste, um diesen Vermögensstatus zu erreichen. Aber damit diese Zeitachse dann etwas mehr im Interesse meiner Lebenserwartung auch verläuft und damit dieser Zeitpunkt des effektiven und relevanten Vermögens, müssen eben Instrumentarien wie die Optimierung der eigenen Abgaben und damit Steuerlast angegangen werden, denn von selbst wird es sich nicht lösen. Und du kannst gerne mal die Hochrechnung machen, was passiert, wenn du 500 Euro im Monat sparst oder wenn du 1000 Euro im Monat sparst, nur als beispielhafte Beträge und du kannst auch aus 500, 5000 und aus 1000, 10.000 machen, um den Betrag dann nach oben hin zu skalieren. Aber es geht um dieses prinzipielle Verständnis, warum es so wichtig ist, Unternehmenskonzepte zu bauen, die eine Reduktion der eigenen Steuerlast zulassen beziehungsweise wirklich auch zum Ziel haben, ohne dabei irgendwelche Gesetze zu brechen. Man sagt immer so schön, break the rules but not the law. Also Regeln sind da, um gebrochen zu werden, aber nicht Gesetze. An die Gesetze halten wir uns bitte auch ganz schön. Das machen auch alle unsere Mandanten, wir natürlich auch. Und das solltest du auch tun. Aber du solltest halt auch die Gestaltungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, die dir der Gesetzgeber von Gesetzes wegen eben einräumt. Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze für dich funktionieren kann, geh gerne auf www.esa.capital, mach ein Beratungsgespräch mit uns aus und wir zeigen dir ganz genau, wie es in deinem individuellen Fall ausschauen kann. Denn die Lösung ist meistens nur für denjenigen hochgradig komplex, der sie noch nie angewendet hat. Wir wenden sie tagtäglich für uns und für unsere Mandanten an. Und du solltest das Ganze auch für dich tun, wenn du deine unternehmerische Tätigkeit und dieses Chancen-Risiko-Verhältnis für dich einfach erstens ernst nimmst und maximal ausbauen möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen, verfrühten Start ins Wochenende. Du siehst dieses Video am Donnerstag. Wir sehen und hören uns am Sonntag wieder. In diesem Sinne alles Gute, viel Erfolg und liebe Grüße. Dein Matthias. Ciao.